aber du hast ja jetzt wahrscheinlich ewig keine auch mal gespielt und die haben so viele zwei tagen habe ich ein bisschen gespielt habe mir halt das event geholt die lootboxen das war's geht der stream noch oder hängt der leute wenn ich keine antwort kriege weiß ich dass er hängt oh watch league live für meditieren da genau da in gruppe einladen ja aber wenn du die branche zu spielen ist dann gehe ich mir einfach mal fragen dass du muss ich glaube mein internet ist einfach nur für den arsch gerade wieso ist der da ja mal weiß alle kinder probleme worte ich will mal kurz hier neues spieler icon weil mercy ist zwar ganz nett aber da habe ich lieber was anderes vor schade dass ich den wolf noch nicht freigeschaltet habe muss beim halloween event unbedingt mal freischalten das sieht ja schrecklich aus ja das ist Ja, das ist am einfachsten Nutboxen zu farmen, weißt du? So, da du ja eh Mercy Main bist, kann ich bequem meinen Reinhardt nehmen. Äh, ich hab jetzt nicht vorgehabt, Mercy zu spielen. Was willst du denn spielen? Ich spiele immer irgendwas, solange es keine Rang ist, spiele ich meinen Main eigentlich nie. Ich spiele dann irgendwas. Oh. Oh, ich kann auch mal spielen, ist egal. Wenn du das möchtest. Ach, mir ist das egal. Ja, dann ist doch mal eine Kunde, so ein Dombau. Das ist ja noch ein Dombau. Ich bin ein Däller. Nee, da würde ich nicht. Und so. Dann noch drauf. Das war mal. So, John, hier. Ich ermittle Maximilians Position. Nur noch ein paar Sekunden. Ja, dann muss ich ja nicht sagen, ja. Ich markiere die Position für euch. Wuuuuh. Ähm, der ist unter meinem Hammer eingeschlafen. So. Ah, okay, hinter uns. Ah, mit der Flash. Da war noch irgendwo einer. Ja, dann ist der schon tot. Der ist tot, gut. Einer macht nach. Einer macht nach. Stand rein. Zauber. Nein. Moment. Moment. So, ähm, was hält? Was hält? Moment. Moment. Sicher das Gebäude und findet Max. Einer noch. Einer noch. Nein. Ich öffne das Tor. Volle Konzentration, Leute. Moment. Schlaf mal schon weiter, mein Freund. Ja, jetzt hab ich nicht vorbei, aber jetzt hab ich nicht gespürzt. Ich bin jetzt auf dem letzten Platz, aber jetzt hab ich nicht gespürzt. Ja, kommst du jetzt, ich glaub von links kommst du, ne? Ja, ich hab' die Anzahl. Ja, ich hab' die Anzahl. Ich bin immer unterschiedlich, das ist random hier. Ich bin immer unterschiedlich. Okay. Okay. Ah, okay. 7% fang Wuhu Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Bitte noch einer agrieren Jetzt ist Schicht im Schach Agri Agri Jetzt müssen noch Scharfschützen kommen und der Fette auch noch irgendwo Ja, die Fette kommt da Die Fette kommt da Nein, was sonst noch Pfeifen Nein Ob ich jetzt keine Haufenwerferzeit Auf Scharfschützen kann nicht Zeit sein Jetzt muss nicht der Fette kommen. Ich bin jetzt dran. Er ist raus. Fuck! Aaaaaah! ausgescheitert ach halt die Kusch zieht der mich einfach von hinten an ja 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 Schau, um zu liegen! Okay, ich stehe um Zeit! Was schon? Oh, was schmierst du denn? Kuckuck! Schau mal die Augen nach der Kino! Nimm dich zu viel weg! Nimm dich zu viel weg! Woh! 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 Noch kein Kontaktsvorbereit! Helfen ab! Freundlicher Transporter! Helfen, Helfen, Helfen! Alles okay? Oh, den hab ich gar nicht übersehen! Vicky! Vicky, raus! 2, 1, 3! Helfen, 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 Helfen! Helfen, 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 Helfen! Gute Arbeit! Alle Gegner eliminiert! Bring diesen Laster in Gang! Gleich klappt! Immer fest mit Druck! Noch ein Kill aufgestaut! Ja, hab ich ja auch bestätigt. Dankes, Blau! Ja, gut! Ja, jetzt können wir mal die normale Version filmen. Mit dem die Helden, die vorhin starten sind. Aber ja, das ist gut. Oh! Drei Sterne gekriegt, yeah! Wupp! Ich auch! So, Match verlassen. Ah, brauchen wir gar nicht. Aber jetzt eh verlassen. So! Die normale Co-Op-Story! Da brauche ich eine Runde, Jams! Dankeschön. Ah, ich brauche eh noch neun Siege, um drei Lootboxen zu kriegen, yay. Äh, ja, können wir das gerne mal machen, wenn Zombie Lust drauf hat. Jetzt müssen wir erstmal hier auf ne Lobby warten. Wieso auch immer. Äh, wie viel Credits hab ich eigentlich? Ich hab 8.000. Auch nur 4.000. Ja, ich spare die meistens für die Events, wenn ich mir was cooles kaufen kann, wenn ich bin, oder generell. Wartung, wer stand? Äh, Winston. Siehst du? Könnte schneller werden. Einer vortritt. Ja. Alle. 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 Zwei Vortritt. Ja. Zwei Vortritt. Zwei Vortritt. Ja. Ja. Einer noch. Nice, Nick. Aber. Ich hab's doch gesagt, wie ich dir den. Und wie sieht's mit Schunkrude aus? Was machen wir bei dem? Ja, aber die Flächen sind immer so. Die kriegen so. Okay. 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 Dann wär's nicht so nochmal so. Oh, wir haben was. Hältst du A gedrückt? Ich hab's schon A gedrückt, ja. Ah, gut. Ach, ey, ist geboostet auf der Box. Unzeit. Okay, dann muss ich wohl Tracer nehmen. Ah, ne, muss ich nicht. Gut. Winston ist mir lieber, muss ich gestehen. Ja, dann wird er aus. Wollen wir die mal verarschen? Wollen wir mal ein... Spiel oder nicht? Einfach... Nee. Du musst fragen. Hä? Doch, ich bin bereit. Nee. Ich hab ausgewählt. Nee, du musst auf Winston gehen. Und erdrücken. Ja, hab ich. Hä? Was ist denn so ein Bug? Nein, du warst hier vorher auf Tracer. Ach, süß. Ich ermittle Maximilians Position. Nur noch ein paar Sekunden. Verstanden, Ketten. Kommt, legen wir los. Achtung, Mitte kommt eine Hände wieder. Dabei über Wuster. Wir haben Maximilians lokalisiert. Er ist in der Destillerie von Rundfunk. Haltet euch bei den Kollateralschäden zurück. Ich will nicht verdenken, wie lange der Bericht in den Kunde ist. Oh, Wuster, ne? Pfe, pfe, pfh. Pfe, pfh. Pfe, 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 pfe. K- такое. Pfe, pfe... Das wird uns gefütze. Wir sind ein Vorrats. Achtung! K- hep. Um, anhören! Wow. gluc 55 00 caused Sie the Prieland before the farm. Pfe, pfe, pf. Das ist irgendwie das Ding. Prozentration, Leute! All seid bereit! Komme was wollen! Das geht ja nicht. Hör, hör! Ich päffel dich mit! Ja! Das ist so ein Hedgehammer! Geht sie dann? Wir haben eine Klingel! Wir haben eine Klingel! Wir haben eine Klingel! Wir haben eine Klingel! So, John? So, John? So, John! So, John! So, John! Wir sind in den Fall gegangen! Was ist denn da? Gott, okay! Ich glaube, wir tun eine noch Auslastung zu ambushen! Ich bin riesg ¿ şöyle? E請 bewusst mal nur riecht! Was glaubt ihr passiert? Arne, zwei! 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 Die gesamte Operation wechseln! Arne hat nur die Wacken haben, ist weg. Dann geht es hier. Was passiert dann mit dem Strike Team? Für uns könnte es dann auch vorbei sein. Selbst da hat es nicht passiert. Einfach mal gemacht. Barriere ist durch. Macht euch kaum fett. Hufe! 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 Ich bin da! Glaubt ihr Maximilian vertreten? Er ist nur der Buchbartei. Unsere wüssten Augen erwinnt seine Diebe. Was meinst du damit? Der Wutreger. Helden sterben nicht! Wer hat das Wort nicht geschlossen? Du! Lass es den großen Augen! Oh! Ich springe aber auch immer zu weit. Oh! 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 Ah, wie ging das denn mit dem, ach, wieso kann ich denn nicht sprechen, hat der Spruch. Was? Hinter dir! Sch... Jetzt ist das? Ich wollte jetzt... Ich wollte jetzt... Schau, 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 schau Das wird uns nicht mehr Absolut, das krieg ich da schon, dieses dumme Stück Scheiße Dann lasst uns noch ein bisschen rummachen, dann geht es auch noch. Was? Ich bin einичiger, Sply Headshot. 8! 5! Das war's für heute. Ah ja, der Stift 19 hat es doch schon. Oh, das ist wirklich der Stift. Oh, das ist wirklich der Stift. Oh, das ist wirklich der Stift. Wohin so eilig, Max? Ist das wirklich nötig? Vielleicht können wir zu einer Einrichtung Wir sind nicht hier, um zu verhandeln Sie kommen mit uns Wir wissen alles über Sie und Ihre Geschäfte Oh, ich habe ein breites Portfolio Vielleicht ist nicht klar, was ich anzubieten habe Ich verfüge über erhebliche Ressourcen Darf ich fragen, woran sind Sie interessiert? An einem Treffen Ah, und wen würden Sie gern treffen? Ja, wen denn? Binfest Vermut ich auch Lass mal Schnellsuche oder Überraschungshelden machen Ja, komm, wir machen Und geh raus auf den Game Ja, schon passiert Komm, machen wir mal Schnellsuche Yeah Ah, du hast Übungsgefecht dran Anscheinend Ähm Ich beschließe einfach meine Augen Und mache irgendwann mal Ah Wen habe ich denn? Hallo? Genji, ach du Scheiße Ah, Gott sei Dank Gott sei Dank Genji kann ich nämlich gar nicht Und da ist der erste schon raus Yay Joa 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 Ja Joa Wenn ich dann einen Werd kann ich vermissen Ach komm Spielen wir mal Batist So wie ging das? Ach das war das. Das war das. Okay. So schieße ich nun mal. Okay. Ach da geht's raus. Ach komm. Anstatt die Tracer machen, mir hilft, ne? Nö. Ach scheiße. Und schwupps weg war sie. Das wollte er helfen. Reiner. Reiner. Ja. Ich bin noch nicht fertig hier. Mal war bei der Arbeit. Ich komm da nicht raus, ich lass mich nicht. Ach du schick. Reiner, das war dumm. Ich hab schon ganz andere Sachen überlebt. Ich hab schon ganz andere Sachen überlebt. Die Stunde hat geschlagen. Rein da. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Wienerball zu ihr. Ach guck, da oben steht die. Ach man. Mann. Die kann in Ruhe da abknallen. Ah. Und das war's. Ja die war. Das war's, ne? Ja und einer hat das mit verlassen. Lassen. Na und da. Ah. Ah. Fosse mit euch. Da seid ihr sicher. Feuer aus allen Ohren. Stille. 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 Das war's. Ich hab's zu gehen. Ich hab's zu gehen. Ich hab's zu gehen. Ich bin noch nicht fertig! Ich hab's Zeit gewinnig. Haben die überhaupt einen von denen gekillt? Keyst. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht gewöhnt. Ich hab's nicht gewöhnt. Ich hab's nicht gewöhnt. Im Reepore ausgenommen. Den Reepore und die Tesser. Weil weggebt die sind. Ich hab's nicht gekauft. Und der stand null zu eins. Ich bin wieder da. Geh um da. Bitte, was? Will auch? Wie hast du das gemacht? Was? Bei mir bewegt sich das Ding nicht. Wieso nicht? Ich kann schießen, Björkkel. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hey ich kann es gut aus dem Weg. Geh durch. Hau. Reiner. das ist empirisch bewiesen er hat es nicht aktiviert ich lasse mich nicht unterkriegen es gibt es eine aktive so leicht kriegt ihr mich nicht ich bin auf dem Weg bitte weit kommen ich werde aus drei Ecken beschossen oder was ich lasse mich nicht unterkriegen so gut ich mache mich da lang rein da feuert aus allen Rohren und ich nehme das ziel schau rein da ist es heiß hier oder bin ich jetzt werde ich nicht schau 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 ich nehme das um schau 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 mir stirbt keiner weg ins feld mit euch das ist keine schade schade ich hab schon ganz andere überlebt ich sichere das jetzt gibt es eine abkühlung mit euch da ich 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 das das war mal eine starke runter da auch nicht aber ich ziel erfasst ich der der freise leck dich mit den besten an und du stirbst wir 5 4 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 Sie ist Kahl abgelaufen! Hab dich wieder zusammengeflickt! Wirst du da hoch! Was ist das? die habe ich scheiße gesetzt sorry ja halt trotzdem scheiße alles noch ein bisschen aus ich bin auf dem weg das war etwas gewesen hätte die nicht erwischt ich habe ganz andere sachen überlebt die die Wow. Die sitzen gerade alle ihre Ultis ein. Regenerativer Schub aktiviert. Da oben. Wer hätte das noch gedacht, dass wir das noch gewinnen, ey. Ach Quatsch, so ist es wie schnell. Ja, aber nach der ersten Runde hätte sie das erwartet. Klar. Wow, was ist das? Ich bin ja alle Ultis. Ah, Pups. Ich fang gerade erst an. Komm, ist recht für Level Up. Jawohl. So, als Gruppe verlassen. Eine Lootbox öffnen und dann schnell eine rauchen und dann geht es weiter direkt. Oh, Doppel-Epic. Ja, ich habe 101 Blutboxen. Liegestützten Emoji bei Soldier. So, die Brüste mal aus. Und fairer Fingerspitzengefühl. Okay. Ich bin mal eben auf Toilette. So. So. Ich bin auch mal kurz ein Rauchen gleich wieder da. Okay. So. Okay. So. Vielen Dank. 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 Wow. 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 Hey Leute, Wow. Was? Alter, ich freu mich da lang, ich guck den Scheiß. Oh, super, Ante-Grenhard. Wow, keine Chance wenn dieser Bestchen da rumtanzt die ganze Zeit. Mehr konnte ich nicht machen, außer dem Bestchen raus. Ich glaub das war's, ja. Boah, das war hart, ey. Die haben uns überrannt auf einmal. Die Bestchen haben wir da, also. Wir brauchen Bestchen. Wir brauchen Bestchen. Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Kommt mir nicht in die Quere, dann werden wir noch los. Kommt mir nicht in die Quere, dann werden wir noch los. Das wird doch ein Spaziergang für uns. Ich kann nicht sprain. Jetzt. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Das wäre alles. Wir haben sie zu. Was ist alles? heuer ist vertraut Schade. Schade. Oh Gott Oh 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 Der Wolf kennt seine Beute 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 Ach, links sind welche, die habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Reinhard, hinter dir? Äh, kriege ich doch nicht mit. Ich bin zu mir, der Karte. Ich habe den Feind gefunden, von Dr. Sussfeld. Sie wollen die Ergäber, uns rein die Weine davon. Angriff! Ich will sie, Herr Rufstein. Sieh mich. Sieh mich. Sieh aus, Herr Rufstein. Sieh von Lager. Ah, hinter uns ist auch noch ne Symmetra. Victorian Moing, ne Overwatch, nicht Paladins. Highlighter Spiels. Ja, das war ein Truch von Rolika. Kannst du noch in Added by Daylight? Können wir gerne machen. Oh, tsch. Oh, das schlägt mich grad. Hm. So, dann sehen wir uns gleich bei dbd. Bis gleich Leute. Mhm. Okay. Das war sie. được War Für